Ich habe von klein auf viel Klassik gehört mit meiner Mutter. Bin so aufgewachsen. Das hat mich mein Leben lang schon sehr eng begleitet und mich berührt das einfach total. Das reicht, wenn ich da schon ein paar Akkorde höre und dann bin ich so tiefenentspannt und träume. Ich hatte sehr viele Freunde, die haben aufgelegt und das hat mich gleich sehr fasziniert. Die haben mir das dann auch gezeigt und dann habe ich es einfach ausprobiert. Ich habe sofort gemerkt, dass es mir total Spaß macht und dass mich das auch so mitnimmt und ich mich da so gehen lassen kann, fallen lassen kann. Einen Freund, den habe ich dann in den Plattenladen in Potsdam kennengelernt mit Sven, also Sven Weisermann. Und dann weiß ich noch genau, wie wir dann immer bei ihm saßen. Wir haben uns stundenlang unterhalten und er hat mich eigentlich so am meisten vom Sound her beeinflusst. Also meine Spezialität würde ich sagen ist Detroit House, Deep House, Slow House. Ja, berührt mich mehr, ich kann besser mich dazu bewegen, tanzen. Es berührt mich einfach mehr. Wir haben nochmal nachdem. Wir haben nachdem man immer, da ist einafaß. Wir haben nachdem man, dann bin ich einfach zu ветern, mit einem Schaden, mit einem Schaden, mit einem Schaden. So kann man fühlen, was da war. Und dann haben wir, was wir hier Meowth Lust, das mache ich mir, was da war. Und dann geht's mir, was wir da. Und dann geht es mir, was da war. Und dann geht's mir, was wir da war. Und dann sind wir da. Vielen Dank.